Oh, oh, oh. Da kommt wieder eine Fledermaus. Hört ihr den Mac Mac? Zwei Stück? Was ist denn eine Schlachterei, ey? Oh ja. Da haben wir mehr hier. Da haben wir kein Zuhause. Fledermaus. Und wieder eine Fledermaus. Oh, oh. Pass bloß auf, Mac. Drei Punkte noch. Oh, zwei Punkte. Das ist ein Leben. Das ist ein Herz. Das wäre aber fatal, wenn ich mir das jetzt holen würde. Ja. Jaaa. Sehr gut. Mac, hier. Oh, scheiße. Alter, guckt euch das Wasser an. Piranha ist ohne Ende. Hm. Oh nein. Großes, böses Vieh. Das ist ein Korruption Vieh. Das ist ein Korruption Vieh. Nehmt euch in Acht. Komm mal hierher. Hier ist es safe. Daniel. Lol. Das könnt ihr uns einfach nur von einer Seite angriffen. Das könnt ihr uns einfach nur von einer Seite angriffen. Die Nacht ist gleich vorüber. Ace, schmeiß mir mal kurz hier den Stern hin. Links. Links? Was ist das für ein Kopfding hier? Ne. Äh, der ist toll, weil Tag ist. Der ist vergangen. Och, ne. Aber wie kann das denn sein? Das ist doch scheiße. Das ist doch Quatsch. Corruption Vieh. Vorsicht. Ich brauche mal so ein Wiki rüber. Oh ja. Corruption Gebet. War nicht gut. Oder wollen wir wieder zurück? Und wieder in den Boden, um erstmal ein paar Ärzte zu holen. Leute. Das wird zu doll. Ja. 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 In den Boden. In den Boden. Na, ich werde mich einfach noch zurück teleportieren. Oder wollen wir zusammen gehen? Teleportieren geht nicht. Ach du Scheiße. Ich habe so einen Trank. Ja, hast du einen? Ja. Aber nur einen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt zu mir. Rettet euch ins Wasser. Rettet euch ins Wasser. Rettet euch ins Wasser. Ich habe mich gerettet. Alter. Du hättest ja wenigstens das Geld von uns mitnehmen können. Jetzt geht nämlich ziemlich viel Geld verloren. Wie kann ich euch mitnehmen? Du hättest unser Geld mitnehmen können. Ach so. Na gut. Das äh. Ah, ich schaff das schon. Ich glaube an euch. Guck mal, ich würde sagen. Wir haben noch hier diesen einen Weg, der hier hochführt. Dass wir vielleicht hier genau hier neben direkt runter bauen. Wir können auch direkt. Ja, warte. Warte. Also, das würde ich im Haus oder am Haus das machen. Ja, warte. Komm her. Machen wir uns hier erstmal einen Raum. Okay. Ausleuchten. Dann ab hier beginnt das Seil. Du baust die rechte Seite ab, ich die linke, okay? Okay. Warte. Zwischendurch eine Pause machen. Seil nachziehen. Seil nachziehen. Ersetzen. Genau. Das machst du und ich bin immer schon in Bereitschaft. Okay. Soll ich auch nochmal mein Rope mitnehmen? Warte mal. Ich nehme nochmal mein Rope mit, damit wir noch wirklich genug haben. Wer hat eigentlich seine goldene Truhe ganz links? Wo? Na, im obersten Stockwerk. Das ist die, wo wir das Geld rein tun. Ach so. Dann packe ich da erstmal mein Geld rein. Weil ganz rechts habe ich ja meine Kiste. Da habe ich auch noch ein Ding jetzt drauf gemacht. Ein Schild. So. Guck mal. Ich habe 81 Gold. Äh. Quatsch. Nicht Gold. Silber meine ich. Natürlich. Gut. Dann komme ich mal runter. Ja. Ein Moshu. Warte. Wir müssen eine Moshu Farm bauen. Fl Bene net. Puh. Hast du das gesehen, Eish? Ja. Ich hasse Windows 8. Warum? Tapperndauernd auszusehen raus. Warte mal, wolltest du nicht noch hier nachbauen? Uäh, ich hab's geschafft. Ich bin wieder da. Sehr schön, Christoph. Rock'n'Roll. Also in die linke kommt das Geld, ja? Ja. Genau. Eigentlich gleich Volt umwandeln, oder? Okay, the sounds. Corruption. Wasser? Und nun? Müssen wir ableiten. Hier machen wir das nach links. Ne, wir verschieben unseren Tunnel. Guck mal hier, komm mal her. Ach, ist so kacke. Ne, wir, 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 lass das Wasser hier ablaufen. Warte, erst, erst will ich gucken, ob hier irgendwas ist. Guck, da oben sind nämlich Vasen. Jo. Opla, das ist ja. Ne. oder jetzt gibt es auch jetzt reicht ganz ruhig mitkommen hast du angst nicht unbedingt aber moment ich habe doch noch hier so einen coolen stick glaube ich gehabt ja das letzte mal wo ich richtig intensiv gespielt hatte es bestimmt ein dreiviertel jahr her mit mit meck und er kann und ich weiß gar nicht wer noch dabei war lebeck was machst du heute mr meck was tun sie da räum jetzt gerade eure kisten leer und verkauft das alles verpisst dich da ne brennt das haus ab genau das würde ich auch so machen ah googles glas der dschungel jetzt komm mal das erz und du willst weiter graben naja ich weiß nicht ich mach das meistens so dass ich mich meistens sehr lange runter buddel und dann später erst alles farme weißt ach ich wollte auf der linken seite ne i hope you like farming to guck mal guck mal meck kann zum beispiel ja die ressourcen ernten und wir buddeln uns halt einfach weiter ja oder meck kommt drunter ich drücke ihm die seile und die fackeln in die hand und er macht das mit den seilen und den fackeln das musst du ihn fragen hat er denn auch so eine spitzhacke wie wir nein aber das ist ja mittlerweile schon ein paar ressourcen vielleicht reicht das sogar hier haben wir so ein eckiges wasser unter uns das müssen wir wie ableiten so prato Du bist ein Fuchs Hör auf abzubauen, warte Ich arbeite genau unter mir nur Äh, Rope Haben wir Soll ich dir nochmal mit Rope gehen? Oder hast du noch? Noch habe ich über 100 Warte, warte Wie gesagt, ich mache nur direkt unter mir Äh, ich hätte so gern das Erz hier, aber Kannst du das Wasser nicht wegdrängen? Genau Geh doch Hm, da steckt ein Glibber fest Gut, er ist Ne, der steckt fest im Sand Cool, leuchtende Qualt Wie in der echten Welt Leuchtende Qualt Die droppen auch die Glow Sticks Ah, da gibt's dann Was? Was? Was?